Herzlich Willkommen zu einer kleinen, aber feiner Runde Minecraft, ähm, ich denk's, servus, gefällt's schon wieder nicht. Der Name, ähm, ja, heute ein wenig später in der Nacht. Ich brauche da eine Postplatte. Geil. Das ist nie zu dumm. Ja, ich geh einfach da rüber. Der hat nämlich nicht so gut aus Egypt, würde ich mal sagen. Ja, wenn ich mich vielleicht ein bisschen... ...dich hochgebaut... ...dich hochgebaut... ...dich hochgebaut... den habe ich mal kurz ein wenig leiser da habe ich noch ein paar tränke aber im großen ganzen schutztwerke braucht man nicht da muss ich jetzt rauf bekommen dass er sie mache ich auf einmal runter das würde ich darunter verstehen und was sich nutzen kann gerade läuft die hunde aber irgendwie geht es nicht so ich bin nicht eingespielt besuche ich mal hinten kommt keiner und jetzt war das ich wieder hoch kleine ich will ja nichts sagen solche leute ringen schon ein wenig auf und ein wenig ganz weiter ok tschüss so dass du siehst du hast eine appelle gehabt das ist sie da bin ich schon mal datenlos würde ich mal sagen aber irgendwie macht es gerade nicht spaß auf den so weinen zu hüpfen noch ein wenig lad ist erwähnt ja gleich auf der nächsten insel oder ich bin schon mal da das ist gut ein halbes herz schauen so wie ist er gibt genauso wie ich auch eine schärfe schwert so dass er wieder von dach zu dach springen strecken drei spieler noch und da gefallen so einer kommt nur noch oder items will ich eigentlich war aber wenn es gerade läuft soll man sich nicht beschweren so wäre ich schon mal wird das finale immer auf den schön schauen das hat aus jetzt irgendwie hat es gerade mal einen zweiten bildschirm nicht erkannt ja eine andere hat er schon mal dass ich in der mitte bahn war was 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 da komm her dann ausgegangen zinsame glas so so ähm was könnte ich dann machen mal hier so einmal so ein wenig sicherheit geben was ich runterfalle äh kt kann man ja auch mal machen hier hier ok so mit einer eine idee was ich machen könnte das so ich würde mich bitte mal nicht so und dort das her es ist praktisch mache ich das 1,2,3,8 schließt das ja 4 5 6 ich hab noch hinten noch ein wenig warte nur ein wenig mal schauen bleibt noch ein wenig bitte so das noch mal abbauen wenig sicher noch test das ist schon mal nicht gegangen vielleicht läuft er noch mal ja der tnt kanone als assassine bauen das ist es so na dann gehen wir mal auf in den kampf würde ich mal sagen so das ist die blöcke halt mach halt ja pech gehabt ja mach halt ja mach halt mach halt hätte ich eine schöne angel hätte ich jetzt irgendwas machen können verspringen halt den weg in die luft scheiße ist jetzt bei dir ja mach halt so scheiße ich hab jetzt mach halt danke sehr für das tnt so der assassiner ist gestalpert leider gg auf jeden fall das war jetzt nicht so toll aber gut wenn man es will ja ich hoffe euch hat die folge wieder gefallen wenn ihr das nächste mal wieder dabei seien daumen wieder nach hoch abonnieren vielleicht und tschau